Hi Leute, willkommen zu einem kleinen Special, ich habe es euch versprochen. Die Transferphase ist zu Ende, das Transferfenster geschlossen. Und wir schauen jetzt in die anderen Ligen, schauen was sich da so getan hat von den Transfers her, was da so Interessantes dabei war. Und dann werden wir die Auswahlliste aussortieren. Das habe ich mir auch gedacht, dass wir das in einem Special machen, und zwar heute. Und nachdem wir wahrscheinlich mit den anderen Ligen nicht ganz so lange brauchen werden, ist das vielleicht so eine gar nicht so schlechte Idee. Wir können da jetzt mal aufs Transferfenster schauen. Die Frage ist, wie wir das echt am besten angehen, aber ich glaube, entweder wir machen es so, dass wir die ganze Liste anschauen. Dann können wir schauen, zukünftige Transfers, das ist alles frei. Die Laien und das alles können wir uns anschauen, aber wir gehen jetzt hauptsächlich mal auf die Saison, also auf das Sommertransferfenster. Da sehen wir, teuerster Transfer Kai Havertz für 96 Millionen zu Liverpool. Interessanter Transfer, Richard Lisson zu den Bayern, genauso wie Awar. Sehr gutes Talent. Dilrusson zu Tottenham, den haben wir uns ja auch kurz angeschaut. Coman für 47 zu Barca. Dani Olmo. Super Talent. Ging, ja, der war anscheinend schon in China. Okay, interessant, ging für 46 zu Leverkusen. Alan Franco, wer ist das? Erst zu Beginn bei Napoli, so wie es aussieht, ging dann zu Dortmund und jetzt zu den Bayern. Mokiele 37, Kamara, Mitchell Weiser zu Chelsea, auch interessant. Eggestein zu Leverkusen. Chris Willock, Benfica B, okay. Interessant eigentlich zu sehen, was unsere Konkurrenz so tut. Pedro von PSG zu Hertha, ist das der Pedro? Ne, ich dachte gerade der von Chelsea. Valentino Lozaro zu Benfica, Lissabon, Rebic zu Bournemouth, Andre Ivan zu Leverkusen. Der, der sich bei Rapid nicht wirklich durchsetzen konnte, bzw. nicht konstant genug war, der funktioniert im FM anscheinend ganz gut. Und Timo Horn, neuer Keeper von Leverkusen, auch interessant. So, was haben wir da noch? Marvin Plattenhardt zu Leverkusen, generell hat Leverkusen ordentlich eingekauft. William zu Bremen. Kevin Dunn so zu Gladbach, sehr interessant. Mo Dahoud zu Crystal Palace. Ron Guene von Salzburg zu Gladbach. Thilo Kehrer zum HSV, Wahnsinn. 7 Millionen haben wir für Fabio gezahlt, auch nicht weniger, aber ich glaube, das wird sich ausgezahlt haben. Alario zu Fiorentina. So, Johannes Geis haben wir abgegeben. Smile Preliak. Ja, da sehen wir, da sind dann schon viele kleine Summen dabei. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo bekannte Namen sind. Daniel Da Costa für 3,1 zu Wolfsburg. Eigentlich relativ schwach, hätte ich mir stärker. Aber gut, er wird im nächsten FM sicher stärker sein. Leibold Nourishahin zu Besiktasch, 2,7 Millionen. Idavi zu Osasuna. Rode zu Hoffenheim. Maxi Wöber zu Hannover 96. Echt wenig, 925.000, 2,7 ist er wert. Interessant. So. Lars Stindl zu Montpellier. Okay. Es sind schon ein paar sehr eigenartige Wechsel dabei. Anthony Usher zu Gröningen. Gideon Mensah. Momentan eine Leihgabe beim SK Sturm Graz gewesen. Der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Offensiv vor allem. Ja, auch nicht wirklich gut. Ich glaube, das waren die interessantesten Transfers der Bundesliga. Schauen wir mal in die zweite Bundesliga. Was sich da so getan hat. Lädt ein bisschen. Ein bisschen lange. Achso, ich muss nur die Maus bewegen. So, wir sehen Itten. Freiburg hat aufgerüstet. Müller, Itten und Flesznirovic. Noch nie gehört. Gutes Talent scheinbar. Körperlich extrem stark. Dann sollte man generell mal scouten, finde ich. Weil der hat mental auch schon richtig gute Ansätze. Könnte für den HSV vielleicht auch mal interessant sein. Leibold. Narey. Christian Rode haben wir eh schon gesehen. Also da sind jetzt keine aufregenden Transfers dabei. Patrick Herrmann zur Union, okay. Gut. Ich glaube, da können wir... Dennis Dickmeyer, Duisburg. Ich glaube, da können wir jetzt schon langsam ins Ausland schauen. Schauen wir mal in die Premier League. Und da wird sie sicher viel getan haben. Wir schauen ganz nach oben. Kai Havertz, teuerster Transfer. Dele Alli kann ihn aber überholen. Dele Alli jetzt bei Manchester City. Dafür hat Tottenham Thomas Lemar verpflichtet. Skriniar ist ein absolutes Megatalent. Kann man das noch sagen? Ich meine, er ist, glaube ich... Der ist auch über das Alter und über den Level eines Talents hinaus auch in echt schon ein mega Innenverteidiger. Ich bin gespannt, wo der in echt noch landen wird. Beziehungsweise ob Inter jetzt die nächsten Jahre wieder einmal kommen wird. Wäre schön, irgendwie, wenn die wieder zu den Top-Klubs gehören würden. Mares zu Monaco. Passt irgendwie auch, finde ich. Al Maguire zu Arsenal. Der wird ja in echt immer wieder umworben. Lucas Dinier zu Chelsea. Nathan Akey. Wilfried Zaha zu Arsenal. Amazon zu Juve, der Linksverteidiger. Oder generell linke Flügelspieler. Der kann alles links. Erik Lamella zu Everton. Gendu C zu Manchester United. Chao Mario zu Bournemouth. Rebic haben wir eh schon gesehen. Dann noch ein paar bekannte Namen. Tennis Brede könnte man noch kennen. Der war auch bei uns beim Let's Play mit West Brom letztes Jahr. Alexander Dragovic ist auf Händen. Ist auch schon 30. Die Zeit vergeht, Leute. Ich kann mich noch erinnern, als der ein Megatalent war. Das war damals. Die Basel-Zeit eigentlich hauptsächlich fast noch. Ja, ich werde alt. Moussacchio. Kevin Wimmer ging nach Spanien. Mignolet, Akanji, Crystal Palace. Ich glaube, da ist nichts Aufregendes dabei. Doch, Patrick Pence war bei Chelsea. Von der Austritt zu Chelsea ist aber auch ein heftiger Wechsel. Super Reflexe, der Junge. Aber der hat in echt halt auch immer wieder extreme Patzer dabei. Louis Hortby ist mittlerweile bei Levante. Milner zu Brighton. Der war bei Tottenham auch interessant. Ismail Tachuri. Lassa Markovic, ewiges Talent. Wenn Lukas ist das? Okay, irgendeiner. Marcel Schmelzer, Glasgow Rangers. Auch geil. Sehr, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Ich glaube, die Championship ist nicht wirklich so spannend. Schauen wir in die Serie A. Schreiben kann ich auch nicht. Das ist auch so blöd, weil da die ganze Zeit Kabel über die Tastatur liegen. So, Serie A. Was hat sich da so getan? Kassi für 100 fucking 23 Millionen zu Barca. Das ist auch eine unpackbare Summe. Unpackbar könnte man fast sagen. Ünder zu PSG. Lotharo Martinez, Bordeaux. 76 Millionen gibt Bordeaux aus. Auch das ist eine heftige Summe. Carrasco. Milan, sehr interessant. Inter hat ordentlich aufgerüstet. Arreola. Joao Mario. Joel Matip von Real zu Inter. Auch ein geiler Wechsel. Aber wir sehen, dass da schon die Summen sehr, sehr abfallend sind. Also in Italien wird deutlich weniger ausgegeben. Mario Balotelli von Levante zu Fiorentina. Interessant. Den haben wir noch. Mattia Perrin, ganz guter Keeper. Mangala von X-Men City. Der ging wieder zu Everton. Den haben wir dort eh gesehen. Stimmt. Locadia. Da tut sich. Da ist jetzt nichts Aufregendes dabei eigentlich. Vanja Milinkovic, Savic. Das ist der Torhüter. Den haben wir, glaube ich, auch schon gescoutet. War das in dem Let's Play? Zlatko Junuzovic von Bologna zum FK Rostov. Ja, technisch und mental ist er noch immer sehr, sehr stark. So, ich glaube, war jetzt auch nichts Aufregendes. Dann schauen wir mal in die Ligue 1. Was hat PSG so gemacht? In der haben wir eh schon gesehen. Mares haben wir gesehen. Lotharo Martinez. Die haben eigentlich alle schon gesehen. Eder Militao neu. Alphonse Arreola. Es sind jetzt auch keine aufregenden Transfers dabei. Enzo Milot. Robert Beric zu Grassobers Zürich. Lars Stindl. Montpellier mittlerweile. Ist jetzt echt nicht so übertrieben. Also PSG hat noch immer Mbappé und Neymar. Mbappé ist erst 22 Jahre alt. Im Jahr 2021. Krass, oder? Soll man sagen, dass wir Interesse haben? Gut. Dann, was haben wir noch? Die La Liga. Sie haben mich verklickt. Nee, hat geklappt. So, Messi trifft noch immer für Barca. Gesichert haben wir gesehen. Da ist jetzt auch nichts Neues. Das ist neu. Wijnaldum von Real zu Salzburg. Salzburg ist im FM auch brutal. Mustafi von Real zu Villareal. Sanse Benzema zu Bordeaux. Finde ich irgendwie cool. Marcelo von Real zu Galatasaray. Da halt jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Neben Subotic, Espanyol. Okay. Kennt ihr den? Den kenne ich noch, weil ich halt viel mit Chelsea gespielt habe damals. Ich habe ihn verwechselt. Forget it. Peinlich. So. Nichts Spannendes eigentlich dabei, muss man sagen. Haben wir die wichtigsten Ligen? Ich glaube eigentlich fast. Die österreichischen können wir uns noch anschauen. Typico Bundesliga. Was hat sich da so getan? Ja, Wijnaldum. Das ist schon brutal. Boli Bolling Goli. Ich liebe diesen Namen. Der tolle Name ist, glaube ich, Boli Bolling Goli in Bombo. Ja, genau. So. Hat sich auch nicht wirklich viel getan. Echt wenig. Der Sturm ist abgestiegen. Da ist Sturm. Na, okay. Den haben wir noch nicht wirklich eingekauft. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt das, was ich eigentlich eh schon mal machen wollte mit euch gemeinsam, nämlich die Auswahlliste. Wir haben da momentan 107 Personen drauf. Jetzt muss ich nur kurz mal schauen. Ich glaube, das sollte jetzt wirklich alles sein. Wie gehen wir die ganze Geschichte an? Wir könnten nach Position mal gehen, aber ja, sonst könnte man das echt so machen. Gehen wir mal generell auf Torhüter. Da sehen wir, dass wir diese vier Keeper auf unserer Liste haben. Angus Gunn, 25-jähriger Engländer. Können wir streichen. Den können wir genauso streichen. Der ist zwar, er ist Stammspieler bei Metz. Das Metz in der Ligue 1? Ne. In der Ligue 2. 20 Jahre. In 86 ist eine ganz gute Größe. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht der schlechteste, aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was wir wirklich brauchen würden. Nicola Cavlina oder Cavlina? Gab es mal einen Keeper in Österreich unter anderem bei Sturm, der Cavlina geheißen hat? Geht nichts über Älter. Und Hugo Cunha, der bei Sporting ist. Super Sprunghöhe. 1,98 auch groß. Der ist schon nicht so schlecht. Also ich finde, den können wir noch lassen. Die anderen werden wir mal streichen von der Ausfallliste. So, dann schauen wir weiter. Gehen wir mal auf, generell mal auf alle Verteidiger gehen. Oder ich mache es einfach anders. Ich lasse alle anzeigen und wir ordnen es einfach nach der Position und gehen dann von oben durch. Saucuga. Brasilianer. Sporting Lissabon. Ist nicht wirklich teuer, aber jetzt auch nicht so interessant, dass wir den auf der Liste haben sollten. Da haben wir einen Jungen von Schalke. Großes Talent, sagen sie. Finde ich jetzt nicht aufregend, aber könnte noch werden. Können wir noch lassen. Äh, Kienberger. Lorenzoni. Körperlich schon super stark. Der gefällt mir eigentlich echt gut. Wer ist da dran? Leverkusen und die Leipziger. Dann haben wir Luis Bayer. Der ist jetzt eh schon 21. Den können wir, glaube ich, runterstreichen. Sortiert sich die Liste jedes Mal neu? Ne. Wen haben wir hier? Der wechselt eh zu uns. Wann? Am 23.01. 2022. Okay. Also quasi zum Start der nächsten Transferphase. Auf den freue ich mich aber schon. Können wir aber im Moment von der Auswahlliste streichen. Ja, das sortiert sich wirklich jedes Mal neu. Aber ist ja egal. Rodrigo. Rego. Ja, er ist 19. Von den Werten her ist er so eigentlich schon ziemlich interessant. Sehr teuer. Reizt mich nicht ganz so sehr. Reizt mich nicht ganz so sehr gut drauf. Der gefällt mir wirklich gut. Da könnte man auch vielleicht bald mal aktiv werden. Können wir gerne auf der Liste lassen. Wenn ich die eigentlich so immer markiere, die ich dann streichen möchte. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Bleibt die Markierung? Nein. Weil jedes Mal, wenn ich einen streiche, sortiert sich die Liste neu. Und das nervt mich ein bisschen. Deswegen würde ich fast sagen, werden wir das mit den Positionen wieder anmachen. Weil sonst geht das noch unübersichtlicher. Also Anthony Walz. Der mir eigentlich ganz gut gefällt. Der ist Ergänzungsspieler, ist in der Toulouse Reserve, was ich echt schade finde. Der 20 ist ja nicht so schlecht. Den werden wir jetzt nochmal scouten. Mirko Gallo können wir streichen. Frank Sturing können wir streichen. Kareka haben wir eh schon gesehen. Kevin Bukusu. Körperlich sehr stark, mental stark. In den technischen Fähigkeiten, die er braucht gut. Können wir auch anschauen nochmal. Ich finde das ist jetzt eher eine ganz gute Idee, um die interessanten Spiele auch gleich nochmal zu scouten. Innenverteidiger. Sprunghöhe. An der muss er massiv arbeiten. Aber er ist halt auch erst 18. Wäre halbwegs günstig. Den sollten wir uns auch nochmal genauer anschauen. Kies Nani. Niederländer. Körperlich und mental sehr gut. Technisch noch Aufholbedarf. Ist auch nicht der billigste. Papazov. Tomislav Papazov aus Bulgarien. 20 Jahre können wir noch scouten. Davide Innocenti. Der unschuldige Blick hier. Da ist Atalanta an einem Transfer schon interessiert. 34% gescoutet. Das ist ein bisschen wenig. Wollen wir noch einen Bericht anfordern. Ojan Kabak. Den haben wir eh schon versucht. Oder Ojan. Ojan. Irgendwer hat mir das erklärt, wie ich ihn ausspricht. Aber ich habe es eigentlich hingekriegt. Den lassen wir auf jeden Fall auf der Auswahlliste. Der wäre ja sehr interessant. Aber der hat seinen Vertrag verlängert. Deswegen haben wir ihn dann ja schlussendlich nicht bekommen. Paul Johnston. Von. Wer ist da dran? Ah, da sind schon die Premier League Clubs dran. Aber ich hoffe, wir kriegen das durch. 300.000 ist für den, glaube ich, echt gut. Born with Everton Newcastle West Ham. Da wird das Angebot noch ganz gut sein müssen. Andreas Skovgaard. In der Verteidiger fast ein bisschen zu klein. Sprunghöhe dann 12. 24 Jahre. Den können wir streichen. Felix Udukay. Ja, ist ein sehr, sehr starker Spieler. Der immer interessant wäre, wenn wir Innenverteidiger brauchen. Sollten wir uns noch anschauen. Mert Müldür von Rapid. Gefällt mir auch nicht so schlecht. Können wir auf der Liste lassen. Nastasic ist mir echt zu teuer. Dann Luca Mancini von. Wo ist denn der zu Beginn? Sassuolo. Fast irgendwie zur Eintracht, finde ich. Sehr stark, sehr interessant. Können wir auf der Liste lassen. Alessandro Bastoni. Den Scoutmann nochmal. Der wird auch sehr interessant. 22 Jahre. Hat schon 20 Mal für Inter gespielt. 56 Mal in der Zeit bei Parma. Und jetzt 3 Mal von Beginn an. Also es könnte sein, dass da jetzt Inter sogar auf ihn als Stammspieler setzt. Dann haben wir Dario Marecic bei Leipzig. Rotationsspieler nur. Schaue ich mir auch immer gerne an. Aber ich glaube, da wissen wir so ziemlich alles über ihn. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Dann haben wir Ross McCrory. Sehr stark nach wie vor. Liverpool und Tottenham dran. Wow. Okay. Lassen wir auch mal auf der Liste. Verteidiger rechts. Simone Lorenzoni. Achso, den haben wir uns eh schon angesehen. Peter Stojanovic. 25 Jahre. Da haben wir eben gesagt, dass der eigentlich für das, was er drauf hat, relativ günstig ist. Also den könnte man durchaus als Backup holen. Deswegen lasse ich den mal aus der Liste. Julian Pfeiffer. Jetzt momentan beim Nationalteam. Und der ist halt schon sehr stark. Soljan können wir streichen. Passler können wir streichen. Und Aaron Wan-Wissaka können wir, glaube ich, auch streichen. Das ist so geil, dass der alles spielen kann. Das dauert zumindest ziemlich viel. Position. Links hinten. Da haben wir Kienberger schon gesehen. Melvin Barndt. Wenn ich ihn noch immer sehr interessant finde, den lassen wir noch oben. Können wir auch wieder scouten. Und auch der, das ist halt einer, der kann locker mal Backup oder Stamm sogar spielen bei uns. Aber wir sind links hinten so gut besetzt, dass ich den auch noch streichen werde. Dann defensives Mittelfeld. Lissandro von Santos. Mega Talent. Wer ist da dran? PSG. Nick Rory haben wir schon gesehen. Daniel Damiani. Haut mich nicht um, aber ist okay. Können wir mal oben lassen. Der ist eigentlich sehr stark, aber er ist halt jetzt schon 23. Und wir werden da nicht wirklich wen brauchen. Ich lasse ihn trotzdem noch oben. Tom Kraus, den wir damals ja schon haben wollten, als er noch bei Leipzig war. Lassen wir auch oben. Vielleicht ergibt sich mal was. Linien Perrier ist, glaube ich, zu schwach. Costa Scalanopoulos, 23 Jahre alt. Ist eigentlich auch ein ganz guter. Aber der lassen wir auch drauf. Wer weiß. Zentrales Mittelfeld. Xaver Schlager haben wir da noch dabei. Der kostet halt 20 Millionen. Wer ist da dran? Leipzig. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da hingeht. Passt ja gar nicht. Mirko Zveic. Da wird Köln einiges verlangen. Ist aber auch ein sehr gutes Talent. Den lassen wir auf jeden Fall auf der Auswahlliste. Mittelfeld reicht Spreel Mbolo. Noch immer bei Schalke. Ja, können wir aber, glaube ich, streichen. Calvin Stanks. Gefällt mir sehr gut für das Alter. 22 ist ja schon richtig stark. Balco Tardar ist eigentlich auch ein ganz guter. 22 Jahre könnte man vielleicht mal irgendein Backup brauchen. Michael Skorosch können wir streichen. Dann gehen wir gleich auf offensives Mittelfeld rechts. Weil da haben wir wahrscheinlich leicht doppelte. Medeirosch ist 27 Jahre alt. Könnte uns theoretisch auch, glaube ich, sofort helfen. Deswegen lassen wir ihn oben. Domenico Berardi. Mega stark. So. Van D. Ebenfalls Ajax. 22 Jahre alt. Ist jetzt nicht aufregend. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch interessantere. Adam Unas. Auch ganz okay, aber nicht so erwähnenswert. Marc Gomez. Was hat denn der für eine Ausstiegsklausel? 6,7. Ist eigentlich nicht so teuer. Wir haben zu 100% gescoutet. Da könnte man echt überlegen, ob wir diese Ausstiegsklausel ziehen. Nicola Pepe. Hat sich eigentlich nicht so stark entwickelt, wie ich gedacht hätte. Aber ist schon auf einem guten Level. Ivan Estefano. Das Talent nach wie vor. Marvin Obus. Können wir auch lassen mit seinen 19. Viktor Zygankov. Der jetzt bei Dortmund spielt. Stammspieler. Verdient hat 7 Millionen im Jahr. Kann mir nicht vorstellen, dass ich den nehmen würde. Einfach wegen dem Preis. Nigel Tomas. Ist jetzt mit 20 nicht unbedingt der Älteste. Also schon noch ein ganz gutes Talent, aber davon gibt es viele. Der ist schon interessanter, weil er noch 3 Jahre jünger ist. Emanuel Vignato. Ist jetzt nicht aufregend. Und dann haben wir noch Viktor Jensen. Auch nicht aufregend. Also ist okay. So. Mittelfeld links. Da haben wir nur Balkonade. Den haben wir eh schon gesehen. Wenn auch da jetzt viele sein, die doppelt sind. Nikolaus Kühn. Haben wir den vorhin schon gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir den angeschaut haben. Ist jetzt mit 21, glaube ich. Er ist okay. Er ist Deutscher. Deswegen lassen wir ihn mal auf der Liste. Vielleicht könnten wir ihn als Ersatz mal brauchen. Antonio Marinha. Wäre eine super Verpflichtung. Da müssen wir dranbleiben. Haben wir das nicht eh schon versucht? Und sind dann gescheitert, weil er nicht wechseln wollte. Er hat glaube ich auch gerade erst unterschrieben oder so. Dann haben wir Raul Baichu. Ich glaube, dass der einen ziemlichen Marktwörtsprung machen würde, wenn der zu uns kommen würde. Dann haben wir E-Mark Arena. Abschlusswert ist für den Stürmer mit 11 halt schon sehr schwach. Mental die restlichen Werte auch. Den können wir streichen. Mois Keen. 10 Millionen Marktwört. Ist eigentlich gar nicht so teuer. Den können wir mal scouten wieder. Fällt mir ganz gut. So. Dann haben wir offensives Mittelfeld zentral. Thomas Sabitzer. Der hat momentan ein paar Angebote aus der österreichischen Bundesliga. Generell, also so, wenn ich jetzt in Österreich spielen würde, wäre es ein ganz cooles Talent. Da jetzt würde ich sagen eher nein. Vincent Thiel ist auch schon 21. Fußballerisch auf jeden Fall stärker als Sabitzer. 39 Länder spiele ich schon mit seinen 21 Jahren. Ich lasse ihn mal oben. Ich mag den irgendwie. Roya von Lyon. Da sind einige Vereine dran und er könnte halt das nächste Mega-Zalent werden. Beziehungsweise, da ist viel Potenzial drin. Aber wir brauchen keinen Zehner. Für die Acht ist er halt defensiv sehr schwach. Für Sturmspitze ist er immer zu klein. Ja, das ist schwierig. Dann haben wir Amiri. Ich denke, den können wir mit seinen 24 Jahren jetzt auch streichen. Von der 10. Generell muss man sagen, können wir einige Zehner hier wohl streichen. Im Emanuel Zuelli können wir auch runternehmen. Bernardo Sosa. 21 bei Sporting gefällt mir eigentlich ganz gut. Lassen wir ihn mal. Cabasile. Der ist ja mega. Also der ist halt für 17 Jahre unfassbar stark. Bekommt da mal Interesse. Das wäre halt einfach ein Spieler, den ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen wollen würde. War das korrekt? Ich hoffe. Manuel Angera. Mein Tal schon sehr gut. Ich glaube aber, dass der sonst zu schwach ist. Antonia Selcic. Inter Sabresic. Super Freistoßschützer. Der kostet nur 18.000. Könnte man sich auch überlegen, einfach weil er günstig ist. Kann man nicht wirklich was verlieren. Den könnte man umschulen, dass der vorne spielen kann. Abschlusswert ist schon okay. 1,86 ist er. Also der gibt auch körperlich was her. Aber Luftverletzung bis zu 5 Monate. Zielstrebigkeit nur 4. Das sind halt schon Gründe, weshalb man ihn streichen kann. Evan Rottier. Niederländer. Großgewachsen ist er. Schnell ist er. Aber der ist mental zu schwach, glaube ich. Dann haben wir Andreas Groß. Körperlich super stark. Den könnte ich mir eigentlich gut von rechts nach links innen ziehen, muss ich sagen. Den werden wir scouten, weil ein deutsches Talent aus Alkmaar wäre schon nicht so schlecht. Und dann haben wir noch Friedeck. Tscheche, der finde ich echt interessant ist, weil der auch nur 1,6 kostet. Aber ist halt auch wieder von der Position her gut. Deckung 9 von 11. Tackling 8 von 10. Der ist defensiv jetzt auch nicht der schlechteste. Haben wir nur zu 57% gescoutet. Da ist der Scouting eh noch in Arbeit. Gut, Stürmer zentral. Da wird es jetzt ein bisschen mehr. Also Marc Uth können wir denke ich streichen. Domenico Berardi haben wir eh schon gesehen. Jonathan Burkhardt. Ist ganz in Ordnung. André Grammaritsch können wir glaube ich streichen. Kennen wir eh. Nikolas Kühn haben wir schon gesehen. Sven Brudari. 17 Jahre von Wolfsburg. Der ist interessant. Scouting. Stefan Sobo. Cameron. Okay, aber nicht wirklich aufregend. Marc Brode. Ist auch schon auf einem ganz guten Weg. Aber der Abschlusswert muss halt deutlich besser werden. Aber der ist erst 17. Lassen wir halt noch. Pjatek. Pjatek. Valère können wir auch oben lassen. Enthofen. Maximiliano Romero. Der entwickelt sich sehr gut. Lassen wir oben. Den haben wir schon gesehen. Musa Dembélé von Lyon. Dann habe ich gerade gesehen. Kai Sihuis ist tatsächlich momentan ohne Verein. Den können wir mal aufnehmen zum Probetraining. Wenn er Lust hat gleich die nächsten drei Wochen. Aber ich finde, dass das ein ganz guter Stürmer eigentlich ist. Schade, dass der wirklich keinen Verein hat momentan. Ich meine, für uns vielleicht gut. Werden wir sehen. Der ist von der Nantes Reserve. Können wir streichen. Santimina von Valencia. 20 Millionen ist der geschätzte Preis. Bin ja auch nicht uninteressant. Isaac Keane. Können wir auf jeden Fall lassen. Roger Martinez. 27 Millionen. Gefällt mir. Dann haben wir Maximiliano Gomez. Von der Hertha können wir oben lassen. Josip Brünic. Wäre halt auch wieder sehr günstig, was man da so sieht. Glauben wir ihn nochmal, aber ist glaube ich nicht so interessant. Jaja Bastian. Gutes Talent. Ehrlich Haaland. Ehrlich Haaland hat der jetzt nicht so viele. Tore gemacht in einem Testspiel für die U-19. Ich habe neun Treffer, also drei Hattricks. Stravko Gang. 18-jähriger Kroate. Der eigentlich auch schon sehr weit ist. Also den könnte man eigentlich auch sofort nehmen. Machst auch nichts verkehrt, denke ich. Ilja Babic ist auch echt in Ordnung. Da sieht man, der hat einen Marktwert von 32.000. Was willst du da falsch machen? Ist aber nicht spielberechtigt. Aber ich lasse ihn mal auf der Liste. Kann halt bei unserer U-19 nicht spielen. Auch der ist ganz gut. Und die kosten halt alle nix. Finde ich auch interessant. Können wir auch oben lassen. Dann haben wir auch Dirk Ochs. Junges Talent von Eintracht Frankfurt. Passt mir eigentlich auch ganz gut. Gut. Also ich würde sagen, jetzt haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Und ich glaube, das war mal sehr wichtig. Wir haben viele Spieler, die wir jetzt neu durchscouten. Und da werden wir einige beobachten. Und dann überlegen, wie wir den Kader einfach im Winter noch verstärken können. Beziehungsweise wie wir den Verein für die Zukunft noch besser aufstellen können. Also da wird sicher das eine oder andere Talent noch zu uns kommen. Bin gespannt. Ich hoffe, euch hat dieser Part jetzt mal Spaß gemacht. Im nächsten Part starten wir dann mit dem Pestspiel gegen meinen Verein, meinen Heimatklub, den SK zum Graz. Vielen Dank, Leute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao. Wir sehen uns.